So, herzlich willkommen bei Stardew Valley. Crispy, I made you a little treat this morning. Von Gus. Vegetable Medley. Mhm, lecker. So, irgendwas zum... Oh, hier, schön, eine Rübe. Das wächst auch. Jetzt, bitte, Hühner, bitte. Gib... Oh, kein Ei! Ach man, was mache ich denn jetzt? Heute ist der letzte Tag. Fürs Omelette. Also, wenn ich... Was... Mann! Das gibt's doch nicht. Jetzt schaffe ich diese elende Quest nicht, weil... Weil die heute so legefaul sind. Die haben ja auch das Heu nicht verbraucht. Das gibt's doch... Das darf doch wirklich nicht wahr sein. Dann muss ich eins kaufen. Oh! Das machen die doch extra so, dass man diese ganzen Quests nicht schafft. Hey, die haben auch keine Heu verbraucht. Was ist denn los? Ist es noch zu früh? Legt ihr noch Eier? So, kann ich bei Marni... Es ist zu schwer... Ja, es ist zu früh. Ah... Ich hasse es. Da quaken wieder die Frösche. Ach, ist das ärgerlich. Shit. Na gut, es gibt zumindest einen Auftrag, der danach verbaselt werden kann. Ne. Ach, das ist ja... Was bedeutet das denn? Wüstenfestival! Ach, du Lebezeit! So. Ja, ja, Schleim. Muss ich an die Mine gehen? Kann ich aber nicht, weil Wüstenfestival ist. Hm. Noch ein Brief. Was ist denn hier los? Ja, genau. Das Wüstenfestival. Oh, Spiele! Kostenloses Essen! Preise! Ein Shop? Äh, ich gebe ja die Hoffnung nicht auf. Vielleicht haben sie ja jetzt was gelegt. Ich möchte euch schütteln, bis die Eier rausfallen. Das darf doch nicht wahr sein. Okay, jetzt gucke ich nochmal hier in... In Marnis Hofladen. Ob die Eier verkauft? Ich weiß es gerade nicht auswendig. Ach, Mann. Also, das ist ja... Das ist ja ein ganz... Ganz trauriges Schicksal. Hm. So. Supplies. Nein, du hast nichts. Hätte ich doch nur ein... Eine Kuh mehr geka... Äh, äh, ein Huhn mehr gekauft. Oh. Warum ist hier eigentlich zu? Oh. Okay. Jetzt kann ich wenigstens was lesen. Die... Die... Hoppla. So. Hier, diese Rolle. Und das Buch, das meine Kampffertigkeiten steigert. Das machen wir jetzt gleich. Düdlüdü, düdlüdü. Wie bei The Elder Scrolls funktioniert das. Und die Zwergrolle. Was erfahren wir daraus? Na? Die habe ich wohl schon gelesen. Nein. Ne? Das geht... Na? Hatte ich... Also dann... Nummer drei. Ja, dann... Habe ich die schon mal gesammelt? Kann ich die spenden? Äh. So, und die ganzen Mülltonnen ist natürlich auch nichts. Nicht zufällig mal ein Ei oder so. Nö. Wisst ihr was? Aus lauter Verzweiflung... Gehe ich jetzt gleich, nachdem ich am Strand war... ...noch mal zum Hühnerstall. Vielleicht tut sich ja irgendwas... Oder habt ihr Würmer... ...was eingegraben? Nee. Ein Ei? Hm? Das wäre doch toll. Hier irgendwo liegt ein Ei. Nein. Du schon wieder. Ja, ja. Hier, ich schenke dir das. Na? Das ist ein Geschenk. Was wertvolles. Ah, interessiert dich nicht. Okay. Mir doch egal. Ach, mit der Eierquest... Das ist ja wirklich... Das ist absolut... Ach, niederschmetternd. Dass etwas so knapp scheitert. Wie oft das schon war. Ach. Buben, könnt ihr mir ein... ...ein Ei leihen? Und hier ist es dauernd langweilig. Du brauchst Struktur im Alltag. Schöner... Nice Day, nennst du das? Dann haben wir unterschiedliche Vorstellungen. Und einen schönen Tag. Morgen fahre ich in die Wüste. Das wird toll. So. Hühner. Bitte. Ich bitte euch. Oh. Das gibt's doch nicht. Pralli und Wumbus. Nutzlose Viecher. Ei. Hier unten vielleicht irgendwo. Ist das irgendwo... ...versteckt. Runtergerollt. Oh. 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 So. Jetzt schenke ich dir wenigstens was. Und zwar den Fischtaco. Achtung. Hier. Lecker, lecker. Ha ha. Ja. Das hast du sogar geliebt. Ah. Immerhin. Ein Erfolg. Will noch jemand ein Geschenk? Hm. Ist überhaupt nie mehr zu Hause. Oh. Kann ich nicht Eier aus dem Kühlschrank stehlen? Ah. Ich hab auch tatsächlich alle Mülltonnen durchsucht. Ich hab bei Jojamaat vor lauter Verzweiflung... ...durch die Verkaufsliste gewühlt. Ah. Ach. Das ist frustrierend. Jetzt geh ich nach Hause. Alle gehen nach Hause. Hier. Coral für dich. Ja. Genau, Willi. Sowas gefällt dir doch. Ach. Es ist zwar erst 1820, aber jetzt bin ich echt gefrustet. Ach. Was ich noch machen könnte? Ich könnte das... ...das Haus mit dem... ...stimmt. Das Haus mit dem Kreuz. ...suchen. Welches ist das? Wo die Schatzsuche startet oder was immer das ist. Hm. Ha. Hier, die Zipfurningszwiebeln. Die kann ich klauen. Heh. Oh. Die Karotten werden auch gleich noch... ...genau. Die tue ich auch noch in den Mutterboden. Na gut. So. Eins, zwei, drei. Hier habe ich gerade gesehen, dass was fertig ist. Hm. Pickle Purple Mushroom. Na klar. Das sind dann so Pilz Pickles. Ist doch auch gut. Und jetzt... ...lecker Kirsch-Konfitüre. Juhu. So. Aber wie gesagt, jetzt bin ich frustriert. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Ich lege mich hin. Gute Nacht. Ich lege dich.